Also jetzt mal zu dem Klassiker unter den Säurebase Reaktionen und zwar die Reaktion von Wasserstoffchlorid mit Wasser und zwar in allen möglichen Darstellungsformen. Wir haben einmal die Wortgleichung Wasserstoffchlorid und Wasser und dann natürlich die Formeln HCl für Wasserstoffchlorid und H2O für Wasser mit den Aggregatzuständen Gasförmig G und Flüssig L und als Produkte ein Chloridanion und ein Oxoniumkation mit den chemischen Formeln Cl- und H3O+. Wenn ich euch jetzt die Valenzstrichformeln aufzeichne, dann seht ihr auch das, was ihr wahrscheinlich schon sehr gut beherrscht. Wir haben ein Wasserstoffatom, ein Chloratom. Chloratom hat drei Freielektronenpaare und wir haben ein bindendes Elektronenpaar zwischen dem Wasserstoffatom und dem Chloratom. Und beim Wasser auch der Klassiker eigentlich, zwei bindende Elektronenpaare und zwei Freielektronenpaare im Sauerstoffatom. Aber jetzt kommt der ganz entscheidende neue Schritt und zwar wird jetzt hier ein Proton vom Wasserstoffchloridmolekül übertragen auf das Wassermolekül und zwar nur das Proton. Das Elektron, das bleibt nämlich beim Chloratom zurück. Und als logische Konsequenz haben wir dann bei der Produktseite das Chloranion mit acht Valenzelektronen und automatisch einer negativen Ladung, weil natürlich ein Elektron sozusagen zu viel vorhanden ist. Und beim Oxoniumkation, da ist eine positive Ladung vorhanden, denn das Sauerstoffatom, wenn man es jetzt für sich betrachtet und die Elektronen zählt, hat das Sauerstoffatom nur fünf Elektronen. Das ist eins zu wenig, da es ja eigentlich sechs Valenzelektronen besitzt und deswegen die positive Ladung. Und auch nochmal kurz zur Wiederholung. Wir haben Wasserstoffchlorid ganz klar definiert als eine Säure, die Protonen abgibt, Protonendonator. Und wir haben das Chloridion und das Oxoniumkation als saure Lösung bezeichnet. In dem Fall ist es dann salzsaure Lösung. Also hier nicht durcheinander kommen zwischen der Säure und einer sauren Lösung. Jetzt zeige ich euch die Reaktion von Wasserstoffchlorid mit Wasser einmal mit dem sogenannten Teutomics-Modell. Das ist ein sehr gut geeignetes Modell, gerade für diese Protonenübergänge. So, und als erstes zeige ich euch mal das Modell. Wir haben hier als erstes mal drei Wasserstoffatome. Und dieses erste Wasserstoffatom hier, das besteht natürlich aus einem Proton und einem Elektron. Und die kann man hier auseinander machen. So, und jetzt sieht man hier zum einen mal das Elektron. Das ist dieser graue Stift mit dem schwarzen Punkt. Und man sieht sehr gut das Proton. Und da ist hier diese orangene Färbung. Die steht für die positive Ladung des Protons. Ja, und hier eben die negative Ladung des Elektrons nochmal. So, und jetzt sieht man als nächstes hier ein Chloratom mit sieben Valenzelektronen und ein Sauerstoffatom mit sechs Valenzelektronen. So, und jetzt baue ich mal meine eigentlichen Edukte zusammen. Und zwar zum einen mal ein Wasserstoffchloridmolekül und zum anderen ein Wassermolekül, hier H2O. Also hier sieht man nochmal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Valenzelektronen und das siebte Valenzelektron bildet jetzt eine Bindung zum Wasserstoffatom aus und das Wassermolekül mit eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Valenzelektronen vom Sauerstoff und eben jeweils zwei der Valenzelektronen bilden eine Bindung aus zu jeweils einem Wasserstoffatom. So, und jetzt geht's los. Wir haben das Wasserstoffchloridmolekül klar als Proton und Donator und jetzt löse ich hier in diesem Modell nur das Proton von dem Wasserstoffchloridmolekül ab. Und dieses Proton ist positiv geladen, sieht man hier vorne an der orangenen Färbung in diesem weißen Knubbel, ist in dem Modell eben so dargestellt. Gleich als nächstes wird jetzt dieses Proton, das abgegeben wurde, aufgenommen und zwar vom Wassermolekül. Dazu muss ich jetzt in dem Wassermolekül ein freies Elektronenpaar in dem Modell jetzt hier rausklappen und dort wird das Proton eine neue Bindung ausbilden und dann entsteht eben dieses klassische H3O-Plus-Ion, das Oxonium-Ion. Und weil man das in diesem Modell wirklich sehr, sehr gut sehen kann, zeige ich es euch nochmal. Wir haben hier an dem Chlorid-Ion wirklich diese negative Ladung sichtbar durch diesen schwarzen Punkt, der hier oben sich befindet. Und wir haben beim Oxonium-Cation jetzt nur noch ein freies Elektronenpaar und dafür aber drei Bindungselektronenpaare. Und hier kann man jetzt am Sauerstoffatom sehr gut erkennen, dass das positiv geladen ist an dieser orangenen Färbung und damit auch insgesamt das ganze Oxonium-Cation positiv geladen ist. So, und hier jetzt nochmal zusammengefasst. Wir hatten Wasserstoffchlorid und Wasser. Die beiden reagieren zusammen. Ein Proton wird übertragen vom Wasserstoffchlorid auf Wasser und dabei haben wir als Produkt zum einen Mal gesehen, wir haben ein Chlorid-Ion mit einer negativen Ladung und ein Oxonium-Cation mit einer positiven Ladung.